Dieses Video enthält Szenen, in denen Gewalt deutlich dargestellt wird. Bei Risiken und Nebenwirkungen bitte ich dich, einfach wegzuschauen oder einen Psychiater aufzusuchen. Okay, wir werden es doch mal. Wir werden mal die Sniper nehmen. So. Ein schöner Ding nachladen. Ihm versuchen, den Kopf zu versinken. Der macht mich leicht nervös. Wir könnten auch schießen, indem wir ihn explodieren lassen. Guck mal, da ist so ein Explosionsteil. Aber es ist doch zu gefährlich, wenn der uns... Die Scheibe erst mal kaputt gemacht. Wir haben es aber nicht bemerkt. Oh! Oh! Leute! Okay, Leute. Ich habe eine andere Idee. Äh... Genau. So. So. Hopp! Dich. Hopp! Dich. So kann ich nicht. Okay. Da drinnen ist glaube ich auch noch jemand, ne? Ja! Ich sehe ihn ganz genau. So. Ich sehe dich, mein Freund. Willst du mit mir hier knüppeln oder was? Boah, die sieht aber auch ganz schön aus, ne? So. Jetzt sind wir dran. Supi! Die müssen wir auch noch verbrennen. Ruhe in Frieden, mein Freund. So. Etwas unkonventionell. Aber. Es hat funktioniert. Es ist mir alles scheißegal. Hauptsache es hat funktioniert. Okay. Wir können eine Spritze nehmen. Ich hätte mal vielleicht auch Reserve ausbauen sollen. Dann könnten wir nämlich vier oder fünf Spritze nehmen. So. Hallo. Hallo. Wiedersehen. Ne? Komm. Lässt du mir was liegen oder nicht? Staub. Ein bisschen Staub. Staub. Ein bisschen Staub. Okay. Mit Staub bin ich auch sehr zufrieden, ne? Nichts. In diese Plarre möchte ich nicht rein. Das hier ist ein, äh, ja. Eine kleine Falle gewesen. Die aber auch schon aktiviert wurde, glaube ich. So. Oh. Hier ist noch eine von diesen Fallen. So. Was bezwecken die eigentlich? Kommt da das Ding hier runter, oder wie? Ich weiß es nicht. Ich nix wisse. Oh. Gut. Wahrscheinlich müssen wir da wirklich nochmal in die U-Bahn rein. Ein paar Streichhölzer. Die kann man nicht noch gebrauchen. Eine Flasche. Hm. Die ist irgendwie... ...am falschen Ende des Tunnels gewesen. Na gut. Wir gehen weiter. So weit, so gut. Blöd ist nur, dass wir jetzt wirklich keine... Okay. Ich wollte dann hier nochmal lieber... ...keine Munition mehr für die Schrotflinte haben. Da vorne ist jemand. Da, 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 da. Und den können wir dann auch mit der Sniper erledigen. Mhm. Mhm. Ich mach das lieber so. Ups. Ja, komm. Lade die Scheiße nach. Hauptsache, das ist wirklich nur der eine. Kann es euch natürlich nicht sagen. Die hat auch eine Sniper, glaube ich. So. Ich hab extra versucht, etwas in den Hals zu schießen. Damit ich den Kopf abtrenne und nicht erst die Maske wegfliegt. Können wir hier auch noch raus? Oh. Der hat jetzt fast bumm gemacht. Das ist immer so der Nachteil, ne? Wenn man dann rausgeht und um die Ecke ist das direkt irgendwie etwas Bombenartiges. Hey, Dickerchen. Komm. Meine Güte, wie dann kannst du denn stehen? Sag mal. Jaha. Laufst du mit deinem eigenen McDonalds rum? Guckt euch das mal an. Juhu. Meine Güte. Alter Falter. Alter Schwede. Nee. Ich möchte hier weg. Ich mag diese Dickerchins nicht. Hier bleib ich mal lieber geduckt. Falls es wieder piep 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 macht. Wir haben uns alle lieb. Ah, schieb den mal ein bisschen zur Seite. Wir wollen jetzt mal ein bisschen unsere Streichhölzer sparen. Wieder eine Flasche. Wo eine Flasche, da auch ein Monster, so ungefähr. Ja, da ist eins. Okay, das können wir mal schauen, ob wir das damit erledigen können. So. Das wäre erledigt. Wunderschön. Schade um die Munition. Aber wir wissen ja auch gar nicht, ob das jetzt explodiert wäre. Da ist wieder so ein Scheißding. Also das Risiko möchte ich echt nicht mehr eingehen heute. Weil es ist echt heilig, dass wir in ganzen Stöcken ankommen. Und nicht nur so halb und halb. Deshalb... Oh, wir sind... ...möchte ich doch lieber die Teile zerstören. Die sind ja wirklich überall. Man merkt so ein bisschen immer, dass sich so nach einer Zeit nicht das ganze Spielprinzip ändert, sondern dass einfach nur ein neues Fallensystem oder so dazukommt. Das kommt aber auch ganz plötzlich, ne? So wie jetzt im U-Bahn-Tunnel. So, dann müssen wir mal schauen, dass wir dann wegrennen zur Not. Schade. Ich habe gedacht, wir können es mitnehmen. Aber so soll es sein. So soll es geschehen. Wie viel Munition haben wir denn noch für die Sniper? Wir haben nur noch drei Schuss für die Sniper. Ich glaube, es wäre schick, wenn ich so lange wechsle. Ich kann ja zur Not immer noch zur Sniper wechseln. Äh, was mache ich denn jetzt? Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ein ganz kleiner Fehler. So, das da drauf. Äh, ja. Der Revolver da drauf. Genau. Da hat sich jetzt nichts geändert. Wäre auch mal schön, wenn es mal jetzt irgendwann upsafe würde. Lololo. Was kacke wäre, wäre jetzt, wenn noch irgendwie was kommt. So in Richtung Tresormann. Das würde mir jetzt überhaupt nicht gefallen. Aber so ein Ende am Weg des Tunnels wäre doch mal toll, ne? Oder ein Licht am Weg des Tunnels. Aber ein positives Licht. Kein rotes Licht. Kein schwarzlicht. Ja, weiß ich nicht. Einfach nur die Sonne. So. Da haben wir doch ein bisschen Munition. Wunderschön. Nehmen trotzdem erstmal die Pistole. Oh. Ja, das ist ja sehr toll. Es muss überall einen Weg geben. So, Leute. Hm. Wir müssen jetzt einen Weg dorthin finden. Keine Ahnung, wie wir das jetzt machen. Hat das jetzt eigentlich abgesaved? Ich weiß es nicht. Oh, ja. Oh. Oh. Ey. Ey. Sister Act. Mensch. Was willst du von mir? Ach, du bist ja ein Kerl. Mein Gott, du bist ja sowas für ein Rund. Ich glaube, du bist ja sowas für ein Rund. Ich glaube, du bist ja sowas für ein Rund. Ich glaube, du bist ja sowas für ein Rund. Ja, genau. Ich schieße dir in den Arm, wo du schwimmst. Alles klar. So. Okay. Was heißt das denn jetzt eigentlich für uns? Wenn ich das mal so sagen darf. Hier durch wieder? Ich denke mal schon, ne? Äh, was soll das jetzt eigentlich für ein Sinn dagegen? Mal ganz im Ernst, Leute. Was ergibt das jetzt für einen Sinn, dass ich jetzt wieder hier zurückkehre? Ich verstehe es jetzt nicht. Wir müssen da irgendwie... So. Das weiß ich. Oh, was heißt das jetzt für uns? Ich sehe noch, was vielleicht drin ist. Ja, hier ist aber was. Lass mal was rausführen. Schade. Aber von da kamen wir her, ne? Oh, nee. Von hier kommen wir nicht. Oder doch, oder nein? Oder ja, oder nein? Äh, okay. Ha! Klasse. Abfackeln. Wollte ich mir auch denken. Wisst ihr, woran ich jetzt denke? An diese wundervolle Spinne, die wir erst getroffen hatten. In unserem... Bääää! Blaster hinterher gefahren ist. Oder unsere Bus. Okay, es hat mich was gesehen, Leute. Da ist es! Brrrr! Brrrr! Ja, ja, tu dir noch nichts. Du musst ja ein bisschen krach machen. Hallo. Rett mal ruhig, du. Ja. Der Freund. Oh, ist eine Drahtpfade. Okay, Leute. Da ist etwas, was uns... was er mag. Boah, den braucht er ordentlich hier. Oh, das lässt du jetzt. Komm her. Zack. Und hier ist auch noch was. Eine Drahtpfade. Äh. Ja. Lass die mal weitermachen. Nicht, dass er da noch durchbrechen tut. Komm, ich versuche nicht, mich mal zu schlagen. Das geht aber nicht. Ach, Ruhe jetzt. Mensch. Lass dich mal zusammen hier. Wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Okay, die Munition ist jetzt wirklich etwas rar. Ja. Schaffen wir schon. Ich bin sehr zuversichtlich. Ja, komm. Komm. Okay. Es steht wieder. Es steht wieder. Oh. Ich habe jetzt gut was an Munition verbraten. Egal. Ich hätte jetzt auch mit Sniper schießen können. Vom Weiten. Ich hätte auch mit der Schrot jetzt einmal drauf schießen können. Vielleicht wäre er dann umgefallen. Und dann hätte ich ihn verbrennen können. Was ist das hier für ein Loch? Hm. Ich bin mal lieber auf Nummer sicher. Und hier ist wieder eine Flasche. Was bedeutet das hier los? Ha. Hallo. Wollst du rein oder raus? Ja. Okay. Wisst ihr was wir jetzt mal machen können? Äh. Ich weiß es nicht. Ich denke mal. Wir können die Flasche da hinwerfen. Aber es passiert nichts. Der wird bestimmt aufstehen wenn wir da hingehen. Ganz ehrlich. 100 Pro. Und dann sind wir nämlich voll in Panik. Wenn wir jetzt diesen Schalter hier betätigen. Bestimmt. Muss ich da durch? Oder wie muss ich jetzt da durch? Ich weiß es nicht. Wir müssen es probieren. Sonst wissen wir es nicht. Es wird sehr knapp. Irgendwie... Ist das nicht so optimal? Okay. Wir sehen es. Er wäre aufgestanden. Äh. Jetzt kommt bestimmt irgendetwas. Wie? Kann ich nicht nochmal betätigen? Noch mehr Strom. Wohin reisen wir hier eigentlich? Wohin reisen wir hier. Okay. Okay. Was ist das hier? Hinter uns wird alles dicht gemacht. Man will uns nicht mehr gehen lassen. Das war eine fette Ratte. Es war einmal und ist nicht mehr. Äh, ja. Geh wieder zurück. Ich möchte nicht zerquetscht werden. Sieht sehr merkwürdig aus. Naja. Okay. Mein Spiegel. Ja, Tagebuch von Sebastian Castellanos, 20. Dezember 2012. Kein Wort von Mirror, seit ich das Paket erhalten habe. Ich habe Angst davor, das Beweismaterial meinen Vorgesetzten zu übergeben. Das, wovon Mirror da spricht, ist grauenerregend und könnte meine Möglichkeiten übersteigen. Aber die Beweise reichen aus, um mich davon zu überzeugen, dass Lillys Tod kein Unfall war. Sie haben Mirror tatsächlich in die Liste der vermissten Personen aufgenommen. Aber sie verraten mir nichts, weil ich familiär betroffen wäre, sagen sie. Aber ich glaube eher, dass sie in mir einen Verdächtigen sehen. Die Ermittlungen stocken. Aber für meine Familie werde ich sie auf eigene Faust fortführen. Wir sind in unserem wundervollen Appartement. So soll es auch sein. Wieder ein Vermisster. Ich habe so vieles vergessen. Missing. Tatjana. Guterres, Pflegerin in der Beacon-Nervenklinik. Sie verschwand während ihrer Spätschicht. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass sie das Gebäude verlassen hat. Was sie ist. Ich habe sie aber eben gerade gefunden, Leute. Hey, Tatjana, wo bist du? Jetzt weiß ich mal wenigstens, wie du heißt. So, Zeitung lesen können wir nicht. Leute, ich würde sagen, wir safen an dieser Stelle ab. Ups, da kommt. Ja, da ist er ja. Wir safen an dieser Stelle ab und sehen uns das nächste Mal wieder bei Devil. Wenn wir das Rätsel mit Tatjana lösen und endlich mal aus dieser verfluchten Scheiße wieder rauskommen. Bis zum nächsten Mal. Ich finde das Rätsel mit Tatjana.